Unsere Umwelt erfassen wir Menschen mit den Augen. Auch Maschinen haben wir das Sehen beigebracht. Das maschinelle Sehen funktioniert wie bei uns. Umgebungsbilder werden mit künstlicher Intelligenz ausgewertet und bekannten Objekten zugeordnet. Sehende Maschinen machen unseren Alltag sicherer. Sie produzieren Dinge, die wir brauchen. Und helfen uns dabei, Fehler zu vermeiden. Doch alles, was sie erkennen, das müssen wir sie lehren. Damit intelligente Algorithmen zuverlässig sehen, brauchen sie eine Menge Übung. Ein einzelnes Bauteil müssen wir der KI hundertmal zeigen, damit es zuverlässig wiedererkannt werden kann. Beim Labeling werden relevante Bereiche bislang in Handarbeit markiert. Sind es ein paar tausend Teile, dann bräuchte ein einzelner Mensch dafür Jahre. Eine Technologie von Kimono, eine Ausgründung des KIT, könnte dies ändern. Schon lange wird nahezu jedes Teil, welches wir irgendwo in der Realität wiederfinden, zuvor in der Entwicklung dreidimensional an einem CAD-Programm konstruiert. Das heißt, in diesen Daten steckt einfach eine Hülle von Informationen. Und diese Daten nutzen wir jetzt, um eine Wiedererkennung der Teile in der Realität mit künstlicher Intelligenz zu ermöglichen. Der größte Aufwand steckte zuvor immer darin, dass jedes Teil, welches wir irgendwann wiedererkennen wollen, zuvor einmal in Realität aufgenommen werden musste. Und die Daten mussten zusätzlich noch aufbereitet werden. Den Aufwand streichen wir jetzt komplett. Und somit wird jedes Teil, welches wir jetzt gerade noch konstruiert haben, direkt in der Produktion wiedererkennbar. Und steht somit in verschiedenen Prozessen direkt für eine Erkennung zur Verfügung. Mit der Technologie von Kimono wird maschinelles Sehen für alle zugänglich. Auch dort, wo es bislang nicht wirtschaftlich war. Digitale Assistenten für die Montage, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Sie helfen uns dabei, mit unserer Umgebung zu interagieren. Sie sehen, was wir übersehen. Sie wissen, was wir uns nicht merken wollen. Während wir uns auf Wesentliches konzentrieren. Kimono. Make an Object Detection easy and fast.